Mehr als 20 Verhandlungsrunden und mehrere Streiks hat es gebraucht, bis bei der AUA ein neuer Kollektivvertrag gefunden wurde. Folge dieses Arbeitskampfes war unter anderem das zweitschlechteste Quartalsergebnis der Fluglinie. Welche Auswirkungen die Einigung nun auf die Fluglinie hat und was das langfristig für die Zukunft bedeutet, darüber sprechen wir heute mit AUA-Chefin Annette Mann. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Die Fragen stellt gemeinsam mit mir meine Kollegin Melanie Krug. Hallo. Frau Mann, Sie haben kurz vor den Streiks zu Ostern gesagt, dass die AUA neu gedacht werden müsse, wenn sich die Gewerkschaft in den Lohnverhandlungen durchsetzt. Muss die AUA jetzt neu gedacht werden? Die AUA muss zum jetzigen Zeitpunkt Gott sei Dank nicht neu gedacht werden, weil wir haben ja eine Einigung jetzt gefunden. Gerade heute haben wir auch gelernt, dass auch die Abstimmung positiv ausgegangen ist. Insofern ist das alles jetzt noch rechtzeitig über die Bühne gegangen, sodass wir auch den geplanten Wachstumskurs, den wir jetzt für den Sommerjahr angedacht haben mit den zwei neuen Dreamlinern, auch so weiterführen können, wie es geplant ist. Der gesamte Arbeitskampf hat dem Unternehmen laut Ihnen 35 Millionen Euro gekostet. Jetzt ziehen Sie mit dem zweitschlechtesten Quartalsergebnis der Unternehmensgeschichte ins Jahr gestartet. Und die angestrebte Marge von fünf Prozent, die wird wahrscheinlich für heuer nicht erreicht werden. Hätte man diesen Kompromiss, den man jetzt gefunden hat, nicht schneller finden können oder günstiger? Naja, scheinbar nicht, weil wir tatsächlich erst zu einer Einigung gekommen sind, nachdem es eben auch eskaliert ist. Und ich glaube, es war schon auch ein wichtiges Signal, dass wir eben sehr klar geblieben sind und gesagt haben, wenn wir zukunftsfähig bleiben wollen, dann müssen wir eben einen Abschluss finden und den wir jetzt geschafft haben, der ja sich auch ungefähr auf dem Niveau bewegt, was wir zuletzt öffentlich angeboten haben. Er hat sich im Detail nochmal verändert. Wir konnten zum Beispiel jetzt das Inflationsrisiko als Unternehmen auch übernehmen, dadurch, dass wir noch ein paar Detailregeln gefunden haben zur höheren Effizienz und hoheren Produktivität im Unternehmen. Und manchmal dauert es einfach. Wir waren am Anfang so weit auseinander in unseren Weltbildern. Das heißt, was bedeutet es eigentlich, eine zukunftsfähige Auer zu gestalten? Muss man dafür eben eine Marge machen von mindestens fünf Prozent oder reicht es eben so bei plus minus null irgendwie jedes Jahr rauszukommen? Und ja, es war nicht schön mit den entsprechenden finanziellen Schäden und natürlich auch wirklich äußerst unschön für unsere Gäste, gerade dann zu Ostern. Aber ja, es scheint die Zeit gebraucht zu haben. Hat das Auermanagement die Streikbereitschaft der Mitarbeiter unterschätzt? Wir haben ehrlicherweise relativ früh damit gerechnet, dass es Streiks geben könnte. Wir haben natürlich versucht, im Hintergrund alles dafür zu tun, haben auch wahnsinnig viel intern kommuniziert, um es bis zur letzten Sekunde zu verhindern. Nichtsdestotrotz, was man halt einfach anerkennen muss, unsere Kolleginnen und Kollegen, die schauen natürlich nicht nur nach Österreich, sondern die schauen auch natürlich in die Nachbarländer. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur, was ist in Deutschland passiert und wurden da eben Abschlüsse unter anderem auch von Streiks begleitet, sondern es ist leider ziemlich zum Standard geworden in vielen Ländern, wenn man sich anschaut, auch was in Frankreich passiert, teilweise in Italien, wie rund um das System Luftverkehr gestreikt wird. Und insofern haben wir relativ früh damit gerechnet, dass das auch bei uns passieren könnte. Trotzdem ist natürlich unser Bestreben, dass wir das auch in den nächsten Runden, jetzt haben wir ja erst mal drei Jahre Friedenspflicht bis Ende 26, aber dass wir natürlich irgendwie wieder zu einem Miteinander finden, dass uns das in der nächsten Runde so nicht wieder passiert. Sie haben gesagt, wieder zu einem Miteinander finden. Kann man sagen, wie viel Porzellan ist da jetzt zerschlagen worden in den vergangenen Wochen? Ich kann es noch gar nicht so ganz genau sagen, weil natürlich das Porzellan, das da zerschlagen wird, das, was man unmittelbar wahrnimmt, ist natürlich die Auseinandersetzung zwischen Management und Betriebsratsvertretern und Gewerkschaft. Und ja, ich glaube, man hat es öffentlich wahrgenommen. Da war ganz gut was los. In der Kollegenschaft war es so, dass natürlich auch das zu viel Unsicherheit geführt hat. Ich glaube, das ist normal, ist auch in anderen Unternehmen so, wo Streiks stattfinden. Ich hoffe, wir werden viel dafür tun, dass wir jetzt also wirklich da auch wieder zu einem gemeinsamen Miteinander kommen. Wir werden nochmal viel intern auch kommunizieren in den nächsten Wochen. Was ist da eigentlich passiert? Aber vor allem auch, wie geht es denn jetzt nach vorne weiter? Weil nach jedem Gewitter kommt die Sonne irgendwann wieder raus. Und das ist jetzt das, was wir uns vorgenommen haben. Man muss so einen Prozess dann einfach auch irgendwann abschließen, so schmerzhaft wieder wahr und jetzt nach vorne schauen. Gerade weil das erste Quartal so schlecht war, konzentrieren wir uns jetzt mehr als zuvor natürlich noch auf den Sommer. Der Sommer schaut nach vorn ganz gut aus und dann wollen wir natürlich maximal mitnehmen und wieder verlässlicher Reisepartner sein. Genau. Die Zukunft wollen wir dann eh gleich kommen. Noch ganz kurz ein bisschen zur Vergangenheit. Jetzt ist es so, dass Sie haben, also Sie haben jetzt ja gerade gesagt, das erste Quartal war das schlechteste oder haben Sie bei der Veröffentlichung gesagt, das zweitschlechteste sei in der Geschichte der Fluglinie. Inwiefern wird jetzt auch das sozusagen eine Auswirkung haben, zum Beispiel auf diese Bonifikationen, die es da gegeben hat für die Mitarbeiter durch diesen Streik? Fällt Ihnen das jetzt auf den Kopf? Naja, also der direkte Schaden durch den Streik und die vorherigen Betriebsversammlungen und die Buchungszurückhaltung, das waren jetzt einmalig die 35 Millionen und wir machen uns keine Illusion, dass wir die jetzt über das Jahr so wieder aufholen als Ergebnis. Weshalb ich ja auch gesagt habe, also die Marge, die wir uns ursprünglich mal vorgenommen haben von 5 Prozent, werden wir wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Ganz unmittelbar hat es jetzt auf unseren dieses Jahr geplanten Wachstumskurs zum Beispiel keine Auswirkungen und wir hatten auch schon vor der KV-Verhandlung ein Effizienzprogramm am Laufen, also explizit kein klassisches Kostensenkungsprogramm, sondern eigentlich eher was, wo man eben in regelmäßigen Abständen durchs Unternehmen geht, wo hat sich vielleicht ein bisschen eine Prozessineffizienz eingeschlichen, wo muss man wieder nacharbeiten, aber auch wo kann man zum Beispiel künstliche Intelligenz jetzt für Prozesse einsetzen, das was man ganz normal macht und da werden wir jetzt schon nochmal schauen, können wir da nochmal einen Zahn zulegen, können wir eine Schippe drauflegen, um vielleicht wenigstens Teile davon wieder reinzuholen. Wird sich das mit dem Mitarbeiterbonus dieses Jahr ausgehen? Wir haben in beiden KVs für Bord und für Boden ist eine Schwelle von 4 Prozent EBIT-Marge eingezogen. Ob wir die erreichen, das Jahr ist noch lang, das müssen wir jetzt mal schauen. Was aber tatsächlich eine unmittelbare Auswirkung auch ist auf die Zukunft der Auer war, dass wir genau in der Woche, als der Streik ausgerufen wurde, eigentlich entscheiden wollten, dass wir auch in 2025 um weitere Langstrecken wachsen. Das ist tatsächlich erstmal auf Eis gelegt, weil das natürlich auch voraussetzt, dass wir weiter eine, sagen wir mal, Mindestmarge von 5 Prozent erreichen, um eben auch über den heueren Sommer hinaus da weiter in die Zukunft zu planen. Jetzt hat man die Einigung gefunden, es ist so, dass von dieser Ursprungsforderung der Gewerkschaft, diese 40 Prozent, diese nicht geworden. Und das Argument der Gewerkschaft war immer, dass diese 40 Prozent eben die Differenz zu den anderen Konzerngesellschaften, vor allem die Lufthansa selber ist. Gibt es jetzt im Lufthansa-Konzern einen Österreicher-Malus, dass man weniger verdient, so wie die Arbeitnehmervertreter sagen? Das ist gar nicht so. Das habe ich auch versucht in der internen Kommunikation immer wieder zu betonen. Das ist in der Tat so, dass von den 13 verschiedenen Flugbetrieben, die im Lufthansa-Konzern sind, der Lufthansa-Vertrag, der klassische Lufthansa-Vertrag tatsächlich der bestbezahlteste ist mit den höchsten sogenannten Tabellengehältern. Aber der führt selbst bei der Lufthansa dazu, dass ja auch die Lufthansa selber viele Strecken überhaupt gar nicht mehr gewinnbringend fliegen kann, die sie früher mal geflogen ist. Der Lufthansa war früher im gesamten innerdeutschen Netzwerk zum Beispiel unterwegs, also auch auf so einer Strecke wie Stuttgart-Berlin zum Beispiel. Oder auch eine Lufthansa ist geflogen von Hamburg nach London. Das gibt es heute alles nicht mehr, weil auch eine Lufthansa sich mit diesen hohen Personalkosten das gar nicht mehr leisten kann. Und überhaupt nur deswegen sind Airlines entstanden wie erst die Germanwings, dann die Eurowings, eine Discover, die zum Beispiel die touristischen Langstrecken fliegt. Also insofern ja, das stimmt, dass eine Lufthansa höhere Gehälter hat. Aber wenn man es vergleicht mit allen 13 Flugbetrieben, dann liegt die Auer da in einem sehr guten oberen Mittelfeld. Und da ist sie auch immer noch. Und das ist auch das, was eine Auer sich mit ihrem Geschäftsmodell leisten kann. Nehmen wir jetzt den Blick in die Zukunft auf, wie vorher schon waren. Das Ergebnis ist da. Sie haben bis 2026 eben diese Friedenspflicht vereinbart und haben Planbarkeit mit dem neuen Ergebnis. Das wünschen sich Unternehmen immer sehr oft. Wie tragbar ist das jetzige Ergebnis für die Auer? Das jetzige Ergebnis, das tut schon weh, weil das trotzdem natürlich mit den 19,4 Prozent über drei Jahre im Schnitt natürlich kein günstiger Abschluss ist. Aber wie Sie schon gesagt haben, es gibt uns jetzt Planungssicherheit und darauf können wir aufbauen. Ob es uns mit diesem Ergebnis aber nicht nur im Sinne der Personalkosten, sondern auch grundsätzlich mit dem Umfeld in Österreich, wo ja auch viele andere Kostenpositionen gerade im europäischen Vergleich überproportional wachsen und steigen durch die teils ja immer noch höhere Inflationen, die wir sehen. Schauen, wie sich das entwickelt. Das muss man halt jetzt schauen, wie sich das ausgeht und ob wir eben Wachstumskurs dann auch so weiter fortführen können und welche Margen wir damit erreichen können. Aber für den Moment, wie gesagt, jetzt auch für dieses Jahr sind wir mit dem Abschluss soweit fein. Wie sich die Marge überentwickelt wird, das wird sich jetzt vor allem in den Sommermonaten zeigen. Mittelfristig wollen Sie aber schon eine Marge von acht Prozent erreichen und auf die hinarbeiten. Was muss denn geschehen, dass Sie die erreichen können? Wir werden sicherlich auch weiter in unsere Kunden und in unser Produkt investieren müssen, weil am Ende die Auer, das wurde ja auch immer wieder mal kolportiert, ist bestimmt alles, aber keine Billig-Airline. Also mit Kosten wie hier in Österreich ist eine Auer absolut nicht dafür prädestiniert, eine Billig-Airline zu werden. Und insofern, wenn Sie also mit einer klassischen Netzwerk-Airline Geld verdienen wollen, dann müssen Sie einfach auch zufriedene Kunden haben. Und auch da jetzt in eine Langstreckenflotte zu investieren, ja nicht nur jetzt mit zwei Flugzeugen zu wachsen, sondern wir haben uns ja vorgenommen, bis 2028 wirklich eine ganz moderne Intercom-Flotte, die komplett umzustellen. Also auch unsere alten 767 und die 777 rauszunehmen, mit dann nicht nur modernen Flugzeugen, die weniger Kerosin verbrauchen, zu fliegen, sondern dann auch mit einem modernen Produkt, auch wirklich mit Internet an Bord, zum Beispiel sehr, sehr wichtig für viele unserer Gäste auf der Langstrecke, ist ein Aspekt. Wir investieren jetzt auch in den nächsten Jahren in die neuen Lounges, zum Beispiel für unsere Viehflieger. Der Flughafen baut ja weiter aus im Terminal. Da wird es auch neue Angebote dann für unsere Kunden geben. Und auch ansonsten werden wir vieles dafür tun, dass wir nicht nur weiter so zuverlässig fliegen wie in den letzten zwei Jahren. Wir waren ja letztes Jahr Top 3 Pünktlichkeit in Europa. Das wissen unsere Gäste sehr zu schätzen, sondern dass wir auch weiter in die Qualität investieren, weil nur, auch wenn es uns gelingt, gute Preise zu erzielen, werden wir überhaupt in Regionen kommen können, um solche Margen zu erzielen. Ein Teil der Kosten der Streiks war ja sozusagen sehr schwer zu beziffern, weil das in diese Image-Schäden, dass man nicht weiß, wie sehr die Kunden noch die Auer als zuverlässige Fluglinie ansehen. Sie haben gerade gesagt, was sie alles machen möchten, um die Kunden wieder zu besänftigen. Wie groß ist dieser Schaden aus Ihrer Sicht? Das ist aktuell noch schwer zu beziffern. Wir hoffen, dass er nicht ganz so groß ist, weil grundsätzlich, das ist auch das, was sich selbst jetzt in der Phase, wo es rumpelig war, wahrgenommen hat, uns gerade viele unserer Vielflieger sehr, sehr vertrauen. Also ich war sehr positiv überrascht, wie viel Zuspruch es nicht nur aus der Öffentlichkeit, sondern auch ganz explizit von vielen unseren Kunden gab, die gesagt haben, hey, bitte schaut zu, dass ihr einen guten Abschluss macht, eben um die zukunftsfähige Auer zu erhalten, weil wir wollen weiter mit der Auer fliegen und wir schätzen die Auer so sehr, weil sie eben eigentlich sehr, sehr zuverlässig war. Auch gerade nach der Pandemie, glaube ich, haben wir uns da sehr abgehoben im positiven Sinne von vielen anderen Airlines in Europa. Und ja, da waren jetzt mal harte acht Wochen dabei. Wir haben versucht, alles dafür zu tun, für unsere Gäste das so gut wie möglich auch immer abzufedern. Aber ich glaube, die gute Nachricht ist, jetzt können sich auf jeden Fall mal bis mindestens Ende 2026 wieder alle auf uns verlassen. Und ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Aber insofern hoffe ich, dass es diese sehr kurze Episode im Gesamtkontext, dass wir ansonsten hier, glaube ich, einen sehr, sehr guten Ruf haben, was das angeht, jetzt nicht so ins Gewicht fallen bleiben. Es ist so, dass natürlich das erste Quartal immer ein schlechtes Quartal ist, aber auch heuer war es besonders schlecht. Geld verdient wird im zweiten und vor allem im dritten Quartal. Sie haben schon gesagt, man hofft auf einen guten Sommer. Was kann da heuer noch drinnen sein? Was kann da aufgeholt werden? Was ist die Erwartung für diesen Sommer? Ja, also wir gehen davon aus, dass dieser Sommer, sagen wir mal in der Größenordnung, auch wieder läuft wie der letzte Sommer. Das heißt, die Reiselust ist ungebrochen und wir sehen auch gute Vorausbuchungen zwischen wieder, also selbst seit der letzten Woche, seit wir jetzt quasi die Sicherheit haben, dass es eben auch bis Ende 26 zu keinen weiteren Streiks kommen soll. Da hat man direkt gemerkt, dass es anzieht und scheinbar viele darauf gewartet haben, dass dieser KV-Streit eben auch beendet ist. Und ja, wir haben 129 Destinationen im Angebot dieses Jahr, auch wieder drei neue, Tiflis, Bremen, aber vor allem auch Boston, wo gerade auch schon fleißig gebucht wird, dann ab Juli. Und die griechischen Inseln sind wieder sehr, sehr beliebt. 21 griechische Ziele in diesem Jahr, das macht es auch wieder zur Nummer eins Feriendestination für die Österreicher. Spanien ist sehr, sehr gut gebucht, aber wie gesagt, auch USA ist nach wie vor sehr, sehr beliebt. Und wie gesagt, nach vorne schaut es gut aus. Wir haben keinerlei Anzeichen von Einbrüchen. Und das versuchen wir natürlich jetzt auch maximal mitzunehmen. Sie haben es vorher schon angesprochen, die Flotten da vor allem die Langstreckenflieger. Wenn wir jetzt die ganze Strategie längerfristig betrachten, zuletzt war die auch auf Wachstumskurs und hat eben mit elf Flugzeugen sogar um eine Maschine mehr gehabt, als ursprünglich geplant war. Wie aufrecht sind diese Wachstumsziele noch, beziehungsweise wie werden sie verschoben? Also glücklicherweise müssen wir jetzt die Wachstumsziele für diesen Sommer nicht verschieben. War ganz schön knapp, weil wenn wir den KV jetzt nicht abgeschlossen hätten rechtzeitig, wir waren kurz davor, diese Wachstumspläne für diesen Sommer eben zu stoppen. Man wird es auch noch daran sehen, dass der erste Dreamliner, der jetzt kommt, tatsächlich auch nur in Weiß fliegen wird am Anfang, weil wir zu einem Zeitpunkt entscheiden mussten, eben so ungefähr zwei Wochen vor Abschluss der Verhandlungen, wird er denn jetzt wirklich, wird er wirklich bei der Auer fliegen? Und wir konnten das zu dem Zeitpunkt nicht fest sagen. Hätte vielleicht auch irgendwo anders im Konzern sein können, deswegen wird er weiß sein. Die zweite Maschine kommt dann mit Auerlackierung, aber da ist, wie gesagt, jetzt keine Veränderung geplant. Ob wir tatsächlich das, was wir eigentlich jetzt im März entscheiden wollten, was jetzt auf Eis gelegt ist, mit einem weiteren Langstreckenwachstum in 2025, ob wir das noch realisieren können, da wird schon auch jetzt auch der Sommer ausschlaggebend sein. Wie gut läuft der Sommer und trauen wir uns das dann fürs nächste Jahr zu? Da wird sicherlich auch ein bisschen eine Rolle spielen, wie entwickelt sich grundsätzlich die Wirtschaft weiter, wie entwickelt sich Wirtschaftswachstum in Europa, aber auch in Österreich weiter, aber auch die weltpolitische Lage spielt da immer eine Rolle. Wo ist der Ölpreis? Wo sind vielleicht Konfliktherde, die uns ja auch immer mit beeinflussen? Das sind ja alles dann Einflussfaktoren auf eine Wachstumsfähigkeit. Ursprünglich bestand die Langstreckenflotte ja aus zwölf Maschinen. In diesem Bereich ist die Auer auch nach wie vor kleiner als vor Corona. Wie wird es hier auch einmal wieder ein Wachstum geben, das über dem Niveau von 2019 liegt? Naja, das hatten wir vor. Also wir kommen ja jetzt gerade von aktuell sind es noch neun Flugzeuge. In diesem Sommer wären es eben die Nummer 10 und die Nummer 11. Wir hätten eigentlich gerne im März entschieden, dass die 12. im Sommer 25 kommt und wir haben konkret über die Nummer 13 verhandelt, auch noch für den Sommer 25. Insofern ja, es ist grundsätzlich vorstellbar. Aber wie gesagt, jetzt erstmal auf Eis gelegt und wir müssen jetzt einfach mal die kommenden Monate abwarten. Was ist jetzt noch aufholbar? Wie entwickelt sich es weiter? Und können wir auch die höheren Personalkosten wirklich verdauen? Weil am Ende ist es halt eine Planung und wir wissen noch nicht, wie sich der Markt für den Rest des Jahres entwickelt. Aber also sobald wir es können und wenn wir es können, würden wir es auch wirklich gerne tun. Das Thema Langstrecke ist ja auch damals explizit in diesem Vertrag mit der Republik vereinbart worden über die Staatshilfe. Wie essentiell ist das Wachstum eigentlich in diesem Bereich oder ist es grundsätzlich die Langstrecke für eine Fluglinie für die Auer? Naja, wir sind ja historisch auch immer ein Netzwerk-Airline gewesen und wenn man sich die Flottenstruktur der Auer anschaut, dann haben wir ein aktuell großes Übergewicht auf der Kurzstrecke. Also ungefähr 85 Prozent unserer Kapazität ist Kurzstrecke. Das ist schon auch relevant für die Langstrecke, weil aus je mehr Ecken aus Europa wir natürlich die Umsteiger kriegen, desto besser lässt sich bei uns auch die Langstrecke füllen. Aber man hat schon gerade jetzt nach Corona gesehen, dass die Langstrecke eben auch dazu beitragen kann, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Also insofern ist es wichtig. Auf der anderen Seite, es hat halt auch am Standort Wien dann doch immer wieder Grenzen, weil Wien ist jetzt keine kleine Stadt, aber Wien hat eben wenig globale Headquarters oder auch wenig Industrie, wo dann eben auch viele Geschäftsreisen stattfinden würden. Wir haben ein sehr, sehr großes Übergewicht an Privatreisen und insofern wird es auch immer schwieriger sein, aus Wien heraus Langstrecken zu füllen, als vielleicht aus Regionen in Europa, wo eben sehr viel mehr Industrie und teilweise auch internationale Wirtschaft unterwegs ist. Nichtsdestotrotz, also zwölf oder dreizehn trauen wir uns schon zu. Und wir wollen auch auf jeden Fall eine internationale, eine globale Netzwerk-Airline bleiben. Eine Auer nur als europäische Airline zu sehen, das wird nicht gut funktionieren, weil dann würden wir nur noch eins zu eins im Wettbewerb stehen mit Ryanair und Co. Und das wird sich auf gar keinen Fall ausgehen. Aber was ist sozusagen dann diese USB einer Auer als Netzwerk-Carry? Früher war das ja ein bisschen so die Drehscheibe nach Osten, hat so die Umsteiger über Wien, dann zum Beispiel nach Nordamerika oder auch nach Asien gebracht. Jetzt seit dem Krieg in der Ukraine und der Abschottung von Russland, zwischen Europa und Russland der Probleme, ist ja diese Strategie ein bisschen, hat sich ein bisschen überholt. Was ist so die langfristige Strategie einer Auer? Welche Rolle kann sie da spielen, auch im Lufthansa-Konzern? Ja, wir haben schon noch sehr, sehr viel auch Osteuropa-Verkehr. Also dieser Verkehrsstrom aus Osteuropa über Wien auf die Langstrecke nach Nordamerika, der funktioniert immer noch. Übrigens auch nicht nur aus Osteuropa, sondern auch aus Märkten wie zum Beispiel Tel Aviv. Und das ist nach wie vor sehr, sehr wichtig für uns. Und wir haben natürlich auch vor, sollte das und irgendwann eines Tages wird es ja auch wieder so sein, dann werden wir auch die Märkte, die wir aktuell nicht anfliegen können, wie die Ukraine natürlich wieder versuchen aufzubauen. Ansonsten, ich glaube, es war immer sehr stark der kommunikative Fokus auf Osteuropa und eben auch gerade aus Sicht der Wiener Wirtschaft da immer ein großer Fokus drauf, weil es eben auch für Österreich sehr wichtig ist, an Osteuropa angebunden zu sein. Wenn man sich mal aber anschaut, das ist eigentlich das Netz der Auer, dann war die Auer immer schon auch sehr touristisch aufgestellt und eigentlich 360 Grad in Europa unterwegs, plus halt auf den Langstrecken, wo halt einfach von und nach Wien viel Verkehr ist. Und ich sage mal, auch nach Nordamerika ist es momentan auch wirklich profitabel. Das sind gute Märkte. Deswegen haben wir uns jetzt auch für unsere elfte Langstreckenmaschine explizit wieder ein USA-Ziel ausgesucht. Nach Osten, muss man sagen, wird es immer schwieriger. Weil, was ist das Problem nach Osten? Ich müsste mir eigentlich geografisch aus dem Westen die Umsteiger nach Wien holen, um sie dann Richtung Osten zu fliegen. Da stehen wir aber eins zu eins in Konkurrenz natürlich mit Airlines, wie Turkish, mit Emirates, mit Etihad. Und ja, ich glaube, es ist weitläufig bekannt, wie viel genau diese Länder, sei es die Türkei oder auch die Emirate, in ihren Luftverkehr investieren. Diese Länder haben halt wirklich auch verstanden, dass Luftverkehr eine strategische Komponente ist für wirtschaftliches Wachstum. Investieren entsprechend viel, stellen Infrastruktur zur Verfügung, stellen auch politische Rana-Bedingungen zur Verfügung, dass diese Airlines massiv wachsen können, um einfach nur mal eine Zahl zu nennen. Eine Turkish wächst gerade von 400 auf 800 Flugzeuge. Wir haben unter 70. Und damit konkurrieren sie. In Dubai wurde gerade verkündet, dass sie neun Flughafen bauen, weil die 120 Millionen Passagiere im Jahr nicht mehr reichen, sondern die Kapazität soll auf 260 Millionen Passagiere aufgestockt werden. Zum Vergleich, so Paris oder London, die größten Drehkreuze in Europa, die haben so 75, 80 Millionen Passagiere im Jahr. Also das sind einfach Größenordnungen und eben dann auch eine politische Wucht dahinter, wo es natürlich wahnsinnig schwer ist, als Auer Richtung Osten und auf der Langstrecke Richtung Osten mitzuhalten. Das gelegt uns auf ein paar Strecken ganz gut, zum Beispiel auch Bangkok oder Tokio. Das sind Strecken, die sehr gut laufen. Und wie viel weiter wir da noch Osten noch wachsen können angesichts dieser Konkurrenzsituation, das wird sich erst noch zeigen. Stichwort politische Rahmenbedingungen. Vieles läuft auf europäische Ebene. Aber es gibt auch Dinge, die national beeinflusst werden können. Sie haben im Vorjahr kritisiert, dass zum Beispiel die staatlichen Monopolisten, die Sie aber brauchen, zum Beispiel die Auszugkontroll, im Verhältnis sehr teuer sind und ihre Kosten sehr stark erhören würden. Hat sich da seither eigentlich was geeinigt? Naja, ich glaube, es gehört so ein bisschen zum Gesamtkontext Österreich. Also mit dem Automatismus, wie eben auch Unternehmen völlig selbstverständlich für das Abdecken der Inflation und dann ja gerne immer noch ein bisschen was extra verantwortlich gemacht werden, hohe Lohnnebenkosten, was einfach Arbeit, den Faktor Arbeit teuer macht, ein Steuersystem, das es auch nicht unterstützt, dass Menschen gerne noch Vollzeit arbeiten, sondern dass wir hohe Teilzeitquoten haben. Das trägt natürlich alles dazu bei, dass die Standortkosten per se, und da ist es ganz egal, ob ich jetzt über einen Flughafen spreche, über die Flugsicherung oder aber auch Zulieferer wie zum Beispiel unseren Caterer, die trifft das ja ganz genauso, die Wettbewerbsfähigkeit verbessert sich da jetzt nicht unbedingt und wir sind da permanent auch in Verhandlungen und schon auch in, ich sage mal, sehr kooperativen Gesprächen, wenn natürlich auch diese Dienstleister wissen am Ende, wir können nicht ohneinander. Der Flughafen Wien ohne eine Auer würde massiv leiden. Oder auch ein Caterer, unser langjähriger und auch sehr, sehr geschätzter Partner Do & Co., der wird, glaube ich, uns auch weiterhin gerne beliefern und wir finden dann am Ende immer irgendwie Lösungen. Aber ich sage mal, die nächsten fünf bis zehn Jahre, da werden wir uns bestimmt auch noch viel Innovation einfallen lassen müssen gemeinsam, um eben genau vor allem auch den Faktor Arbeit vielleicht irgendwie besser abfedern zu können, weil mit der demografischen Entwicklung habe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Hoffnung, dass das sehr, sehr viel besser wird. Im Herbst wird es nach den Wahlen oder soll es nach den Wahlen in der neuen Bundesregierung geben? Jetzt haben Sie gerade die Konkurrenzsituation im Osten angesprochen, und der auch sehr stark wächst aufgrund der Rahmenbedingungen der politischen dort auch. Was erwarten Sie sich denn von der neuen Bundesregierung? Ich erwarte und erhoffe mir von der neuen Bundesregierung, dass sie genauso wie, glaube ich, das aber auch in den letzten Regierungen der Fall war, grundsätzlich anerkennt, wie wichtig Luftfahrt und Luftverkehr für den Standort Österreich und vor allem auch für den Standort Wien ist. Und ich erhoffe und erwarte mir konstruktive Gespräche, vor allem auch im Kontext, wie setzt sich Österreich auch im europäischen Kontext für Luftfahrt ein. Weil ja, es stimmt schon, man kann natürlich auch hier Rahmenbedingungen positiv beeinflussen. Das, was uns aber tatsächlich kostenseitig am allermeisten wehtut und auch im Sinne von globale Wettbewerbsfähigkeit, sind viele Themen, die in Brüssel entschieden werden. Es wird einfach wahnsinnig wichtig sein, dass sich Österreich gemeinsam mit auch anderen Ländern, die große Netzwerk-Airlines auch an den Standorten haben, einsetzt dafür, dass nicht die Klimaziele reduziert werden. Die Klimaziele, wir müssen Luftfahrt nachhaltiger machen, aber dass man sie auf eine Art und Weise umsetzt, die uns eben auch im internationalen Wettbewerb bestehen lassen und so, dass es fair für alle ist und nicht nur Europa belastet wird, sondern die anderen auch mitzahlen müssen. Da gibt es gute Lösungen für und die würden wir gerne gemeinsam umsetzen. Auf der Langstrecke setzt ihr auch jetzt auf das Boeing-Modell 787 und gerade bei dem Modell gibt es ja große Diskussionen über mögliche Fertigungsschäden gerade. Inwiefern bereitet Ihnen das Sorgen? Das bereitet uns aktuell ehrlicherweise keine großen Sorgen, weil die 787 ist ja seit mehr als zehn Jahren im Markt und hat an sich sicher sehr zuverlässig erwiesen. Und wir haben einen sehr intensiven Qualitätssicherungsprozess im Hintergrund. Also wir werden, wenn wir im Konzern direkt von Werk ab neue Flugzeuge bekommen, wir haben wirklich Teams vor Ort, die da auch den Qualitätsprozess begleiten. Das ist übrigens schon immer so. Das ist auch bei Airbus so. Das ist jetzt auch überhaupt gar nichts Neues. Und natürlich auch Flugzeuge, die wir von woanders her mit neu die Flotte nehmen, werden von uns über viele Wochen, teilweise Monate erst mal auf Herz und Nieren durchgecheckt. Und was tatsächlich auch nicht immer so ganz fair ist, was man manchmal so in der Presse liest und wo auch Ängste geschürt werden, ist, wenn man dann liest, naja, da ist irgendwo eine Boeing von 1998 ausgeliefert und die verliert dann irgendeinen Reifen. Naja, das ist, glaube ich, nicht das Problem von Boeing, sondern da ist es vielleicht in der Maintenance, ist was schiefgegangen. Also da werden auch manchmal echt ganz schön wild die Dinge miteinander vermischt. Jedenfalls Sicherheit ist das Allerwichtigste für uns. Und das war schon immer so und das ändert sich auch jetzt nicht. Frau Mann, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne.